Herzlich Willkommen, hier ist wieder euer Reiseblogger. Ich bin unterwegs im Karwendel, heute mittendrin im Herzen von Karwendel mit Tourenski. Sehr gut gegangen, weil jetzt ist Pulver oben, unten harter Untergrund. Hier schon der erste Teil meiner Abfahrt hinter mir. Gewaltig, schöner Schnee und oben das Ziel meiner Tour, der Hochglück. Unter mir, jetzt gibt es aber noch Panorama erst, mit dem wunderbaren Ausblick Richtung Lamsenspitze hier und unter mir ist jetzt dann, da hinten ist Tal in die Eng. Moment mal, einmal hier reingezeigt. Seht es mich jetzt? Ne, man sieht es noch nicht. Hier rein, da unten. Und auf dem weiten Hängern geht es noch weiter runter. Es ist von den Schneeverhältnissen top wie schon satt, deswegen nehme ich den Schnitt. So, hier einmal noch hoch. Es ist ja ein puffiges Gelände, aber mit den Tourenski ist gewaltig. Mit diesen Böllen verabschiede ich mich, wünsche viel Spaß beim Lesen der Tour und beim Nachfahren dann hier im Karwendel. Servus, euer Reiseblogger. So, happening.